Die wichtigsten Metaverse, Krypto und NFT-News, kurz zusammengepackt, montags bis freitags, in Podcast-Format. Viel Spaß, los geht's! Es ist Donnerstag, der 15. September und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge sprechen wir über den Metaverse-Einstieg von Ford und dem Blockchain-Experiment des Swift-Systems. Während Lunar Classic ein Comeback feiert, droht dem Gründer von Terra der Absturz. Das Mietprotokoll Re-NFT und die Kreditplattform Unlocked vermelden Vollzug. Und neben unserem Blick auf den Krypto-Chart und den Flurpreisen auf OpenSea, erfahrt ihr von einer NFT-Netflix-Serie, dem neuesten Gatter-Cat-Gang-Projekt und was hinter dem neuen Apewater steckt. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Starten wir den Donnerstag mit einer Nachricht zu Ford, wo man sich auf den Metaverse-Einstieg mit virtuellen Autos vorbereitet. Der abermals vom US-Patent und Handelsamt bekannte Markenanwalt Mike Condius gab in einem Mittwochs-Tweet bekannt, dass das Unternehmen insgesamt 19 Markenanmeldungen für seine Automarken eingereicht hat. Darunter unter anderem Mustang, Bronco, Lincoln, Explorer und F-150 Lightning. Die Markenanmeldungen umfassen virtuelle Autos, Lastwagen, Lieferwagen, SUVs und Kleidung für die Marken sowie einen vorgeschlagenen Online-Marktplatz für NFTs. Laut vorliegenden Dokumenten, die Ford am 2. September eingereicht hat, plant der Autohersteller herunterladbare Grafiken, Texte, Audio- und Videodateien mit seinen Autos, SUVs, Lastwagen und Lieferwagen zu erstellen, die von NFTs authentifiziert werden. Das Unternehmen enthüllte auch Pläne für herunterladbare virtuelle Güter, nämlich Computerprogramme mit Fahrzeugteilen und Zubehör sowie Kleidung zur Verwendung in virtuellen Online-Welten einschließlich Online-Messen, die in virtueller Realität und erweiterter Realität durchgeführt werden. Die Entscheidung von Ford, in den Web3-Bereich einzusteigen, überrascht, denn vor weniger als einem Monat gaben Bill Ford, der Executive Chairman von Ford und der CEO Jim Farley bekannt, dass die massive Personalkürzungen bei der weltweiten Belegschaft vornehmen werden, damit Unternehmensausgaben reduziert werden können. Kommen wir zu einer Nachricht in Bezug auf den Bored Ape Yacht Club, denn im Laufe der Zeit ist der Bored Ape Yacht Club nicht nur eine Top-NFT-Sammlung geworden, sondern zu einem festen Bestandteil der Popkultur, der zum Beispiel zu sehen ist bei Handyhöhlen, Gaststätten bis hin zu Rolling Stone Covern. Wie von Ape Beverage angekündigt wurde, soll nun ein neues Produkt mit dem Namen Ape Water bald auf den Markt kommen. Die Ape Water Dosen sind natürlich mit einem Bored Ape versehen und können ab dem 22. September auf der Unternehmenswebsite Ape Beverage bestellt werden. Luna Classic, der native Token der berüchtigten Terra Blockchain, die im Mai implodierte, hat in den letzten sieben Tagen knapp 100% im Preis zugelegt. Die Kryptowährung erreichte letzten Donnerstag kurzzeitig eine Marktkapitalisierung von 4 Milliarden US-Dollar und ist damit vorübergehend mehr wert gewesen als beispielsweise der Token Autumn von Cosmos. Man muss jedoch festhalten, dass zum Höhepunkt im April die ursprüngliche Marktkapitalisierung von Luna bei etwa 41 Milliarden US-Dollar lag. Der Preis von Luna Classic ist wahrscheinlich aufgrund der neuen Ideen der Community gestiegen, sagte Bobby Ong, der Mitbegründer und Chief Operating Officer von CoinGecko. Diese Vorschläge ermöglichten das Delegieren und Staking auf der Blockchain wieder und führten einen Steuersatz von 1,2% auf jede Transaktion ein. Die Steuer von 1,2% wird auf On-Chain-Transaktionen erhoben mit Ausnahme des intern zentralisierten Börsenhandels und es wird erwartet, dass sie das Angebot an Luna Classic reduziert, das seit dem Absturz im Mai erheblich zugenommen hat. Dazu noch ein kurzes Update, denn ein Gericht in Südkorea hat jetzt einen Haftbefehl gegen den Terraform Lops Gründer und Kopfhinter Terra Luna Do Known erlassen. Das berichtet die südkoreanische Zeitung Chuson Libo heute Morgen. Neben diesem seien auch noch gegen fünf weitere Mitarbeiter Haftbefehl erlassen worden. Bevor wir zu den Kryptowährungen wechseln und uns da den Chart anschauen, noch eine Nachricht zum SWIFT-System. Denn das internationale Kommunikationssystem für Finanztransaktionen SWIFT gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass sie zukünftig auf die Blockchain-Technologie setzen wollen. Konkret geht es um ein Pilotprojekt zwischen dem Kommunikationsanbieter, dem US-Fintech Symbiont sowie sieben weiteren Finanzunternehmen, darunter beispielsweise der Vermögensverwalter Vanguard sowie die Citigroup. Weiter heißt es in der Erklärung, dass man derzeit die Technologie in einem kleinen Rahmen teste, da die Blockchain dabei helfen könnte, Daten in nahezu Echtzeit zu versenden. Noch Ende diesem Monat will man die Ergebnisse zusammentragen und über eine mögliche Ausweitung beraten. Ich denke, wenn nicht schon vorher bekannt, erfuhr SWIFT besondere Aufmerksamkeit mit dem Ausschluss der russischen Banken im Zuge des Ukraine-Kriegs. Denn SWIFT dient immerhin als das Kommunikationssystem für knapp 11.000 Finanzdienstleister auf der ganzen Welt. Damit wechseln wir heute erstmalig die Kategorie und schauen uns natürlich die aktuellen Kurse der Kryptowährung an. Am gestrigen Tag ging es für die Kryptokurse erneut nach unten. Ease hat es um ca. 2,5% nach unten gedrückt. Anfänglich befanden wir uns bei 1.624 Euro. Dann im Verlauf des Tages hatten wir ein leichtes Up, ein leichtes Down. Doch nach dem Öffnen der Wall Street ging es nur in eine Richtung und zwar nach unten. Letztendlich ist es bei ca. 1590 Euro, wie gesagt 2,3% bis 2,5% im Minus. Wenn wir uns das bei dem Bitcoin anschauen, kann ich euch sagen, dass es auch den Bitcoin gestern ordentlich wieder erwischt hat. Wir haben ein Minus von 3,75%. Bitcoin anfänglich noch leicht unter 21.000 Euro. Konnte sich am gestrigen Tag gerade so noch über die 20.000 Euro halten, sodass der aktuelle Kurs bei 20.200 Euro liegt. Wenn wir uns dann die anderen Kryptokurse anschauen, kann ich euch vermelden, dass es die auch ähnlich getroffen hat, aber nicht ganz so heftig wie Ease oder Ethereum. Außerhalb Solana. Solana minus 5% am gestrigen Tag. Aktuell der Kurs bei 33 Euro. BNB minus 2%. Hier der aktuelle Kurs 278 Euro. Ripple minus 1,6. Cardano sogar ein Plus von 0,94. Auch Polkadot und Polygon jeweils minus 1 und minus 2%. Auch den Shiba Inu Coin hat es gestern nach unten gedrückt. Auch hier minus 1%. Uniswap minus 2,3. Chainlink plus 1,73. Einziger Kryptokurs, den wir jetzt hier in den Top 50 haben, die es wirklich nach oben gedrückt hat. Und auch der ApeCoin, muss ich euch vermelden, stärkster beziehungsweise schwächster Performer am gestrigen Tag. Mit einem Minus von 5%, sodass ApeCoin genau bei 5 Euro liegt. Damit kommen wir zu unserer nächsten Kategorie und natürlich unseren NFT News. Starten wir die NFT News mit re-NFT und Unlocked. Nach einer erfolgreichen Investitionsrunde, die letzten Monat stattfand, erweitert das NFT-Mietprotokoll re-NFT nun das Angebot durch eine Partnerschaft mit der Blockchain-übergreifenden NFT-Kreditplattform Unlocked. Durch die Partnerschaft soll die Lücke zwischen TradeFi und NFT-Vermietung auf die kompetenteste Weise überbrückt werden. Um das Ganze noch einmal vorzustellen, kann ich euch sagen, dass Unlocked eine Plattform ist, die es NFT-Enthusiasten ermöglicht, auf einfachste Weise Vermögenswerte zu erwerben. Durch die Buy-No-Pay-Later-Technologie können Benutzer einen sofortigen Kredit gegen einen NFT-Vermögenswert aufnehmen und gleichzeitig den Nutzen der Sicherheit behalten. Wie bei jeder Art von Vermögenswert bedeutet dies, dass Benutzer nahtlos ein NFT erwerben und es dann vermieten können, um sofort ein passives Einkommen zu generieren. Dieser passive Einkommensstrom soll dann wiederum Rückzahlungen mühelos machen. Die beliebte Kindershow Pub Academy bekommt dank AirBud Entertainment und Sigazoo eine eigene NFT-Kollektion. Der familienfreundliche und schulbasierte NFT mit dem Namen PubTastic Fanpass wird auf der Sigazoo-Plattform existieren, einem kindersicheren sozialen Netzwerk, das von Pädagogen und Eltern geschaffen wurde. AirBud Entertainment, das Unternehmen hinter der Netflix-Show Pub Academy, möchte Kindern einen sicheren Ort bieten, an dem sie Spaß haben und gleichzeitig etwas lernen können. Der PubTastic Fanpass wird somit auch der erste Live-Action-Drop auf der Sigazoo-Plattform sein. Mit der Sigazoo-Plattform sollen Charaktere aus der Show dann Videos zeigen, Lieder zum Mitsingen anstimmen und als Ausrufezeichen zur digitaler Wiedererkennung gelten. Bevor wir zu OpenSea wechseln, noch eine letzte Info zu einem bekannten NFT-Projekt. Gutter Cat Gang, die äußerst erfolgreiche NFT-Sammlung, hat ihrer GAN-Mitgliedschaft eine neue Stufe mit dem Titel Gutter Clones hinzugefügt. Benutzer konnten diese durch den Kauf von sogenannten DNA-2 oder DNA-1 erhalten. Fans von Gutter Cat Gang waren wieder Twitter aber eher enttäuscht, weil die bereits große NFT-Marke weitere PFPs in das Ökosystem einführt. So betrachteten die Fans es als Zwang, mehr Geld ausgeben zu müssen, aber auf der anderen Seite haben einige Leute zum Ausdruck gebracht, dass es nur eine gute Sache sein kann, weil es bedeuten könnte, dass die Sammlung mehr Geld für zukünftige Unternehmen sammelt. Damit wechseln wir heute letztmalig die Kategorie und schauen uns natürlich auf OpenSea einmal die aktuellen NFT-Floorpreise an. Wir sehen Other Deed for Other Side mit einem Handelsvolumen von 415 Eves und einem Floorpreis von 1,75 Eves ganz vorne. Auf Platz 2 haben wir Anomura Mystery Bowl mit einem Handelsvolumen von 249 Eves und einem aktuellen Floor von 0,58. Dann haben wir Wolfgain, das Genesis Land ist da, Handelsvolumen 180 Eves und der Floor liegt bei 0,35. Die Mutants aktuell mit einem Floor von 12,75 gelistet. Wenn wir uns hier weiter anschauen, dann muss ich euch mitteilen, dass natürlich der Hype der Doodles vom gestrigen Tag wieder etwas abflacht. Der Floor hat sich hier fast um den Eves wieder nach unten gedrückt und schon fast wieder korrigiert. Aktuell liegt der Floor bei 7,46. Ich bin aber weiterhin von den Doodles überzeugt. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich glaube wirklich an das Projekt. Aber wie gesagt, ich muss es jetzt hier auch wieder erwähnen. Keine Finanz- oder Anlageberatung ist meine eigene Meinung. Ich finde die Doodles auch einfach nur cool. Dann haben wir die Duplikatoren direkt dahinter. Aktueller Floorpreis bei 1,18. Clone-X hält sich weiterhin bei 5,66 und auch die Moonbirds groß. Keine Veränderung. Hier liegt der Floor weiterhin einstellig bei 9,68. Dann haben wir Rengar Blackbox. Aktueller Floor hier bei 1,28. Und auch die Bored Apes gehen wieder Richtung 60 eher zu als nach oben. Der aktuelle Floor bei 73 Eves. Die Pudgy Penguins gehen Richtung 4 sogar und nicht nach unten. Der aktuelle Floor hier bei 3,82. Dann die Genesis-Box der Doodles bei 0,22. Auch noch erwähnenswert zu dem Hype um die Doodles. Goblins weiterhin unter 1. Genauer gesagt bei 0,94. Und wenn wir uns jetzt hier schon in den unteren Regionen auf OpenSea befinden, kann ich euch mitteilen, dass wir auf Platz 99 ein wirklich stabiles Projekt haben. Die Cyberbrokers mit einem Floor von 0,95 Eves. Und auf Platz 100 haben wir die Degen Toons Collection mit einem Floor von einem halben Eves. Genau. Also 0,50. Damit war es das für heute. Der Donnerstag ist geschafft. Wir gehen in Richtung Serium Merch. Ich denke, morgen wird es dazu einiges geben. Ich denke, Twitter könnte heute wirklich voll laufen. Also verpasst hier keine News. Abonniert gerne den Kanal. Auch eine Bewertung da lassen. Würde mich natürlich freuen. und auch gerne kommentieren auf YouTube und dort auch. Natürlich solltet ihr auf YouTube hören. Bei den Spotify bzw. Apple Podcasts eine Bewertung da lassen. Und umgekehrt solltet ihr bei Spotify, Apple das Ganze hören. Gerne mal auf YouTube abschauen. Kommt natürlich auch dort einiges. Würde mich natürlich unterfreuen und das Ganze ja weiter unterstützen. Wie gesagt, es geht Richtung Serium Merch. Der Countdown soll ja jetzt so langsam ablaufen. Beziehungsweise kann ja sein, dass wenn ihr die Folge hört, das Ganze schon abgelaufen ist. Ob es letztendlich dann auch vollzogen ist, ist eine andere Sache. Gestern waren wir noch so circa zwischen 10 und 20 Prozent, was der Rest noch angeht Richtung Merch. Aber mal schauen, wie sich das heute entwickelt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Donnerstag. Auch wenn es hier so langsam immer regnerischer wird. Aber morgen hören wir uns noch natürlich noch mal kurz vor dem Wochenende. Und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein, wenn es heißt All in NFT. Ein abschließender Hinweis. Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Deine Bis zum nächsten Mal.